Und ein Moinzen zu den VfB News zum Podcast diese Woche, der jetzt mal auf den Freitag geschoben wurde, also auch ein paar News noch mehr, als wir es vielleicht am Mittwoch hätten, aber eben vor allem, da habt ihr vielleicht gesehen oder hoffentlich schon gesehen, die Videos mit dem KSDK. Genau, wir fangen an, natürlich wieder ein paar ältere News auch dabei, fangen an hier mit einem Tweet, zwei Mitgliederbescheißer werden gefeuert, einer tritt zurück und drei Leute, die das System Dietrich und alles, was dazugehört haben, massiv gestützt haben, anstatt die Mitglieder zu vertreten, sind zurückgetreten und das Framing lautet Zäuberungsaktion durch Vogt. Wow, das ist die eine Seite, die man immer wieder liest von Leuten, die das eher nicht so positiv sehen, was gerade im Verein läuft. Dann auch sehr schön Unterstützung für homosexuelle Fußballer, so beteiligt sich der VfB, finde ich gut, dass wir uns da dabei beteiligen. Genau, gab ja auch irgendwie erst ein Statement von Philipp Lahm, dass man irgendwie damit aufpassen müsste und sowas. Ja, keine Ahnung, also lieber so agieren wie der VfB als so agieren wie der Philipp Lahm. Dann hier ganz interessant, weil ich da auch persönlich, wie gesagt, ja auch selber nicht so wirklich krass wusste, was jetzt welcher Teil des Vereins immer tut. Die VfB-Gremien seit der Ausgliederung ist hier ein Infogramm-Ding, das hier, glaube ich, die Weibung der Zeitung erstellt hat. VfB e.V, VfB 1893 e.V, um genau zu sein, die rund 70.000 Millionen Vereinsmitglieder schlagen den Kandidaten, schlagen die Kandidaten für den Vereinsbeirat, neue Mitglieder vor. Wird von der Mitgliederversammlung also gewählt und in der Mitgliederversammlung wird nach Vorschlag des Vereinsbeirates die zwei, ja, für unseren Wahlkampf jetzt die zwei Präsidentschaftskandidaten gewählt oder halt im Endeffekt an den Präsidenten und die zwei Präsidiumsmitglieder. Dann geht es hier noch rüber in die VfB 1893 AG, was da so getan wird mit der Aktiengesellschaft und so weiter und so fort. Aber mal so ein ganz kurzer, wahrscheinlich auch recht vereinfachter Überblick, was jetzt so läuft, weil vor allem ich ja auch nicht genau wusste, was macht denn der Vereinsbeirat so? Und schauen, machen die tatsächlich, blöd gesagt, nur das und stellen halt Präsidium und sowas auf, quasi mit dem Willen der Mitglieder im Hintergrund, weil es sind ja Mitglieder des Vereins, ganz normale Leute quasi im Vereinsbeirat. Und dann kam hier die große Meldung, waren ja letzte Woche quasi noch Gerüchte, jetzt die Meldung, Zusammenlegung der Mitgliederversammlungen 2020 und 2021 beschlossen, wird irgendwann im Juni, Juli stattfinden. Ist erstmal eine gute Meldung. Dazu noch ganz interessant, auch ein Tweet hier, dem Kicker zufolge hat sich der mögliche Vorwurf des Geheimnisverrats an Vogt, zum Beispiel durchstehend von Berichten und Informationen nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt, auch ganz interessant. Da wurde ja wie gesagt geführt in alle Richtungen irgendwie gesucht, was es so gibt, was beim VfB noch mehr quasi passiert ist in den oberen Rängen oder was vielleicht auch ein Vogt gemacht hat, dem er auch vorgeworfen wird, dass er einfach zu viel gemacht hat, zu tiefe Dinge rein ist, die nichts angehen und so weiter. Dann hier der Bildartikel, Vogt will Ezekon-Bericht veröffentlichen. Das darf er natürlich auch gerne dann mal machen. Das ist jetzt zumindest mal was, was man ja nicht fordern kann, aber was er immer machen wollte, was es immer hieß, jo, nö, ging halt nicht. Die Leute haben es abgelehnt, die neben mir waren, ist er ja quasi alleine da oben, beziehungsweise nicht mehr ganz, weil jetzt im Präsidium auch noch der gute Rainer Adrion vertreten ist. Der wurde vom Vereinsbeirat da hoch entsendet quasi ins Präsidium, quasi zu Klaus Vogt. Da haben wir immer wieder zwei Leute da oben sitzen. Kann man doch nicht zufrieden sein mit der Wahl von Rainer Adrion. Genau, hier vom Antikalpass fand ich auch genau passend. So habe ich nämlich auch gedacht. Erst verlegt Klaus Vogt selbst eine Mitgliederversammlung in sechs Wochen, die er, er wäre einziger Kandidat gewesen. C wurde nicht angenommen, er wäre einziger Kandidat gewesen und wäre ganz sicher gewählt worden. 100%. Jetzt verschiebt das er in den Sommer, wo vielleicht noch mal mehr Kandidaten da sind. Und jetzt verschenkt, in Anführungszeichen, der Beirat eine Stimme im Aufsichtsrat. Worst Putsch ever. Also spricht für mich auch wenig dafür, dass jetzt irgendwie wirklich Vogt im egoistischen Sinne für sich handelt oder sowas. Sonst, wie gesagt, hätte er die Mitgliederversammlung so gelassen. Thema erledigt. Er ist gewählt für die nächsten Fähre. Tschüss. Nee, alles im Sommer verlegt. Und wie gesagt, da wird dann gefühlt alles gebastelt. Präsidium, Vorstand, Schieß mich tot. Da ist alles dran im Sommer. Und dann hier kommen nämlich auch schon die ersten Gerüchte. Gab es auch die ersten Artikel von Echo24 oder Schieß mich tot. Sowas in die Richtung von der Seriosität her. Aber ich glaube ja zwischenzeitlich, dass Klaus Vogt und Thomas Hitzberger von Anfang an unter einer Decke stecken und mit einem perfiden Plan die alten Seilschaften loswerden wollten, bin ich jetzt ein Spurblor. Aber keine Ahnung. Das wäre natürlich kranker Move. Auch wirklich recht unwahrscheinlich. Aber keine Ahnung. Wenn man jetzt am Ende draufblickt, die beiden, die sich irgendwie angebieft haben, sind die einzigen noch im Verein. Alles drumherum ist irgendwie weg. So, keine Ahnung. Also das Ziel von Hitz wurde ja auch nicht erreicht, was er scheinbar damals hatte, dass Vogt raus soll. Das wurde ja auch mehr als nicht erreicht. So. Dann hier interessant. Vertragsende zu 2021 wäre vielleicht Stuttgart. Mal vor Panas. Laie. Wird im Sommer wieder gehen. Mal gucken, ob wir verpflichten oder nicht. Kaminski wird ziemlich sicher gehen im Sommer. Keine Rolle mehr. Castro tippe ich mal drauf, dass der noch irgendwie ein Jahr Vertrag bekommt. So immer diese Optionen. Ist ja eher immer so in die Richtung, wenn das Spiel schon ein bisschen älter ist. Immer dieses Ding von komm, noch ein Jahr. Wenn es danach nochmal läuft, noch ein Jahr. Ja, so die Dinger. Amada wird recht sicher verpflichtet. Den verpflichten wir scheinbar mit einer Kaufverpflichtung, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, was ja recht wahrscheinlich ist. Und dann 1,5 Millionen nach Juve. Also das geht auch vollkommen in Ordnung. Die Davi. Ja, läuft seiner Form ein bisschen hinterher. Schon seit Jahren. Und dann kommt später hier auch nochmal News dazu. Aber da gibt es ja hier auch immer diese Klauseln von wegen Einsätze hier und da sowieso. Aber ich denke mir, die Davi, ja, der wird auch keine dicke Zukunft mehr beim VfB haben. Al-Ghadoui leider auch nicht. Der wird im Sommer wahrscheinlich auch gehen bei seinem aushoffenden Vertrag. Vielleicht kriegt er in dieser Saison noch ein paar Bundesliga-Minuten. Wäre irgendwie absolut zu gönnen, wenn er hier noch in der Bundesliga ein Tor schießen würde. Wäre ja so geil. Hat uns ja durchaus sehr geholfen in der 2. Liga. Vor allem zu Beginn der Saison noch mit quasi seinen Choker-Einsätzen. Also man immer wusste, okay, der kommt rein. In den nächsten 10 Minuten fällt ein Tor. Dann kam auch mal ein Gerüchteküche. Dann wurde es offiziell vorzeitige Vertragsverlängerung mit Pellegrino, Matarazzo. Schon die zweite quasi. Ich glaube, sein Vertrag, der damals noch geschrieben hat, 2019. Ähm, äh, zu 20. Ja, zu 20. Ich glaube, der wäre sowieso noch quasi bis diesen Sommer gelaufen. Aber jetzt hat er quasi nach dem Hamburg-Spiel nochmal eine bekommen bis Juni 2024. Ähm, und wie es dann der Kicker schreibt, scheinbar mit Ausstiegsklausel. Ähm, wurde natürlich auf der VfB-Seite nicht geschrieben oder sowas. Würde aber, ja, Sinn machen, ne? Warum sollte der Trainer, oder warum sollte nicht gerade der Trainer sich selbst auch Optionen offen halten können in so einem schnelllebigen Ding? Ähm, und gut, Missland hat er immer gemeint, wir machen keine Ausschiedshausen rein und so weiter. Aber es galt dann halt für ihn und für die Spieler. Äh, und für den Trainer dann wohl nicht. Äh, Trainer, der Augsburg den traditionell stürmischen Herbst und den größten Machtkampf aller Zeiten übersteht. Das muss ein guter sein. Wollte ich einen schönen Tweet dazu. Ähm, dann hat der Aufsichtsrat, äh, einen Interimsvorstand für die Finanzen und Verwaltung, ähm, festgelegt. Der gute Tobias Keller sagt mir leider auch gar nichts, ähm, aber Position belegt. Ähm, dann hier Missintat kam er die ganze Zeit diese Gerüchte auf, von wegen geht er jetzt, ist da was mit Dortmund und so weiter. Hier keine Klausel, Missintat bleibt ohne Wenn und Aber. Ähm, dann auch ein Vertrag bis zur 23 und hat auch nochmal tausendmal bestätigt quasi, er hat keine Ausstiegsklausel, wie es vielleicht hieß. Ähm, und dann natürlich wurde auch das, das riesen Karussell gespannt von wegen, oh je, Hilfe, sind die bald weg, schieß mich tot. Aber selbst wenn die, also Missintat und Matarazzo, selbst wenn Missintat zu 23 geht nach Vertragsende und ein Matarazzo von seiner Vertragsklausel nutzt, äh, die, die nutzt und im 2023 auch geht, dass sie beide zu 23 weg sind, würde das bei Missintat heißen, vier Jahre bei uns und würde bei Matarazzo heißen, drei Jahre bei uns im Amt. Das wäre schon krank genug für das Fußballgeschäft und vor allem für unseren Verein. So. Hier auch schon natürlich gibt Missintat den Sportvorstand, das Präsidentenamt, was auch immer nötig ist, damit dieser Mann weiter die Reihen der französischen Jugendakademien lichtet, einer der wichtigsten Personen im Klub, kann man nur so unterschreiben. Dann noch was zum Köln-Spiel quasi, Story von Kalajdzis, so geil, wenn du ein Tor brauchst und dann eher, äh, mit Maske im, im Bus heim, so wie es aussieht, äh, mit dem Sosa, sehr, sehr geil. Ähm, und dann haben wir hier noch ein, zwei Geschichten zu Missintat. Also einmal sein Wortlaut, äh, aber ich denke, es sind noch 17 Monate bis dahin und da gibt es hier beim VfB noch eine Menge zu tun. Wir haben erstmal einen Kader für die kommende Saison zu bauen. Das klang jetzt eher mal, ja, negativer in Richtung, er könnte doch gehen. Dann wieder, wir haben zu wenig über Fußball gesprochen in letzter Zeit und darauf müssen wir uns fokussieren und dann ist es auch ganz einfach für mich, hier sehr lange zu bleiben. Wieder eine andere Aussage, ähm, genau, so, keine Ahnung, das war jetzt so ein absolutes, äh, hin und her. Dann haben wir hier den erneuten Gehaltsverzicht, auch sehr geil beim VfB Gehaltsverzicht, der sich scheinbar auch quasi durch den kompletten Klub zieht. Eine genaue Prozentszahl kann ich hier nicht sehen, aber jetzt im, beim letzten Gehaltsverzicht 2020 im März, äh, haben sie bis zu 20% ihres Gehalts, äh, auf das Verzichtete, also tippe ich mal, dass es jetzt so ähnlich sein wird, ähm, und es gilt Rückwürden ab Januar, das heißt die Jungs, äh, Zitat, die Jungs helfen uns für volle sechs Monate, sehr geil. Ähm, das Gerücht, was, hatte ich das angesprochen? Weiß ich gar nicht, aber Werle nach Stuttgart, einer der beim VfB auch schon mal war, Alexander Werle, Geschäftsführer bei Göln, ähm, der, ja, oder Gerüchteküche ist, dass er bei uns den Post übernehmen kann, einen der vielen, der jetzt frei ist, mal gucken, ob da irgendwas passiert, ne, bisher gab es auch nichts Konkreteres dazu. Dann hier auch vom VfB, vom internationalen Account, vom VfB auf Twitter, äh, Kalajcic, fünf Kisten, letzten vier Spielen, also der ist wirklich, wenn jetzt auch noch gegen, mein gut, sowieso schon, ne, fünf in vier Spielen, sowieso schon Kandidat für Player of the Month, äh, im Februar, aber natürlich, wenn jetzt gegen Schalke nochmal eine Kiste macht oder so, was natürlich noch, nochmal wahrscheinlicher, dass er da auf jeden Fall einen Platz bekommt, im Voting zumindest mal. Dann hier, Weinfeld, er bringt Kobler als Hitz oder Birkin-Nachfolger ins Spiel, ja, soll er machen. Klar, dass die Spieler jetzt hier alle mittlerweile sehr, sehr umworben sein werden, gab ja auch schon das Gerücht mit Leipzig und, äh, Kobel irgendwie, mal gucken, was da passiert. Das ist jetzt uns auch erstmal scheißegal, blöd gesagt, im Sommer wird's dann abgehen. Dann hier auch, weil natürlich hier, äh, der ganze Kreis rund um C, so ein bisschen blöd gesagt aufmuck, nach dem Motto, hä, was soll denn das? Überhaupt nicht in Betracht bezogen worden und nix. Auch geschrieben, warum äußert sich der Vereinsbeirat nicht einfach kurz zu Volker C? Offizielle Begründung der Ablehnung wäre, glaube ich, im Interessen aller. So, fertig ist es. Äh, und da, jetzt hat er auch geschrieben, gar nicht unbedingt in die Richtung von, dass man daran zweifelt, dass er irgendwas falsch gemacht hat, Vereinsbeirat, aber irgendein Statement wäre halt schön. Und dann hat auch jemand schön geschrieben, ich hätte absolut kein Problem damit, wenn C als Gegner da zu Volker aufgestellt werden sollte, dann bekommt er das 85% zu 15% Wahlergebnis Schwarz auf Weiß. Ja, so wird es wahrscheinlich enden. Dann hier nochmal, äh, ich glaube ein, zwei Dinger zu missen, Tat noch hinterher, nochmal ein paar Aussagen, der war ja gefühlt überall am Start. Äh, mal beim Kicker, mal bei Bild, mal hier und da, mal bei Sky im Interview. Ähm, gewisser Handlungsspielraum, also klingt auch wieder ein bisschen, äh, negativ in Richtung, er könnte doch gehen. Dann gibt es hier wieder was beim Kicker, ich glaube, es müsste sehr viel schieflaufen, dass ich darüber nachdenken würde, ähm, zu gehen halt, ne. Ja, keine Ahnung. Äh, es ist wirklich voll geballert mit Aussagen und hier und da, ähm, hier BVB-Wunsch, Fußballtransfer berichtet, äh, BVB-Wunsch, Doppelspitze mit Mislentat, also Kehl und Mislentat, so wie es klingt. Ja, meine Güte. Können sie alle nett überlegen, ähm, genau. Und hier steht auch bei, hier steht auch nochmal bei Fußballtransfer, sehe ich gerade 2020, kann ja den Klub per Klausel verlassen. Ähm, was halt auch nicht stimmt, hat er ja schon mal klargestellt, wir haben, es gibt keine Ausschieksklausel, also, ja, völliges, äh, Durcheinander beim Thema, äh, bisschen Tatt und so weiter, aber natürlich, logisch, wäre eine extrem wichtige Personalie, die zu halten, ganz klare Geschichte. Dann hier hat jemand reingepackt, auch der Wahnsinn. Diese Liste ist nach wie vor beeindruckend, wünsche mir noch, dass der Name Rino Ende des Jahres immer noch da oben steht. Und dann mal diese Liste von 2006 bis 2019 oder bis aktuell halt, äh, die ganzen Trainer, Trapattoni, Fee, Karevic, äh, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, Babbel, Groß, Keller, Labbadia, Schneider, Stevens, Fee, Stevens, Zorniger, Kramni, Luhu, Kai stimmt, Jansen kurz, äh, Wolf, Korkut, Hinkel ganz kurz, ähm, Wein, äh, gut, der hat, glaube ich, nicht mal ein Spiel geführt, ähm, Weinzierl, Willig, Walter, Matarazzo, krank, einfach, einfach krank. Äh, auch schön zu sehen, packe ich hier noch mit rein, Kalajic, äh, ist in der Mannschaft oder, ja, Team, Team des Spieltags, ähm, für seine Leistung gegen Köln gelandet, in der Sportschau. Ähm, hier auch schön, letzte drei Spiele tatsächlich, letzte drei Spiele war immer Sosa Flanke, Kaufball, Tour, Kalajic. Das ist, das ist wirklich wild. Was auch wild ist, was jetzt wieder überlegen, hier aus der Bundesliga raus, ein neues Konzept für Kultur und Sport, wie die Zuschauerschrittweise zurückkehren könnten, äh, irgendwas hier, damit wir irgendwie, ja, 40% Basiskonzept, dann haben wir 80% Spezialkonzept, wir haben 100%iger Auslastung, Testkonzept, schieß mich tot. Äh, natürlich fände ich schon mal, wie man ein Stadion kann, ne, hat aber jetzt auch keine gesellschaftliche Priorität im Sinne von, macht die Stadion wieder, macht Stadion wieder auf, kostet es, was es wolle, ähm, was, was irgendwelche Zahlen angeht, aber, ja, ist eh immer schwierig. Klar, das gibt es Pläne, machen wir, die Zahlen werden ein bisschen besser aussehen, aber das kann in einer Woche wieder anders sein, dann hast du auch gefühlt in einer Woche irgendwie abwechselnde Statements von wegen, ja, wir lockern, nee, wir lockern nicht, dritte Welle, nee, doch keine dritte Welle, deswegen, keine Ahnung. Mich würde es freuen, wenn wir irgendwie am Ende der Saison die leiste Hoffnung habe ich irgendwie, die letzten ein, zwei Halbspiele noch haben irgendwie, mit eben dieser 20% Auslastung schieß mich tot, wie gegen Freiburg und Leverkusen, diese 8.000, 9.000, vielleicht auch 10.000, keine Ahnung, würde mich freuen, Hauptsache Stadion, ne, aber, ja, jetzt in England haben sie ja irgendwie angefangen von wegen im Juni oder so oder den letzten Spieltag machen wir wieder mit Fans, äh, letzter Spieltag, glaube ich, nur der, äh, machen wir wieder mit Fans in der englischen Liga und ab Juni irgendwie wieder Klubs und sowas und machen gefühlt alles wieder weg, da können wir jetzt auch da überhaupt noch durchziehen können, dann wenn die da wieder kranke Zahlen haben können, die ist wahrscheinlich auch nicht bedenklos einfach so durchziehen, wie sie das jetzt gerade überlegen mit ihrem, äh, schrittweisen Öffnungsplan, das ist ja wirklich gefühlt täglich wöchentliche Änderungen, deswegen, mich freut's, wenn irgendwann die Meldung kommt, dass man hier ins Stadion darf, umso mehr freut mich irgendwann die Meldung, das heißt, yo, der Thema ist quasi vorbei, es können wieder alle rein, weil das wird ein, hab ich auch schon tausendmal gesagt, aber das wird ein unfassbar geiles Fußballwochenende, wenn wir da wieder 60.000 in Stuttgart, 50.000 in Frankfurt, 80.000 in, äh, Dortmund und so weiter und so fort ins Stadion dürfen, das wird der Wahnsinn. Machen wir weiter, äh, Sanko, Wolf und Mackleger dürfen sich zeigen, hatte ich auch schon im, äh, im Vorbericht kurz gesagt, ähm, ja, kann gut sein, dass Sanko jetzt auch, äh, ja, reinrückt, wie gesagt, am Samstag schon vielleicht in den Kader, wer weiß, mit Cody Barley, der vielleicht ausfällt und Tommy da auf jeden Fall ausfällt, ähm, dann hier schon gehört Mainz, der französischen Youngster dran, typisches Ding hier aus der zweiten französischen Liga, irgendwie, wie alt ist der Kerle, 18ter, äh, 18ter, 18 ist er, äh, Mittelfeld, ja, Mainz und wir, also das klingt schon fast danach, als hätten wir den nächsten da im Mittelfeld, äh, aus Frankreich, aus der zweiten französischen Liga am Start, so die Hauptzone von, von Mislintat, aber mal gucken, was da passiert, ähm, dann auch sehr schön, kann man sich immer wieder reinziehen, der Post von der UEFA, ähm, weil das am Transatis in Februar, also vor drei Tagen, ich nehme es hier heute, wie gesagt, äh, 26.02., wir haben diesen Freitag, die News sind alles so auf Stand von so halb zwölf, zwölf herum oder sowas, ähm, und wie gesagt, wieder alle Quellen und so weiter, da ist alles unten drin, ähm, außer es ist irgendwie, außer es sind irgendwie zu viele Quellen, da muss ich ein, zwei Quellen oder sowas, die jetzt nicht so bedeutend sind, rausnehmen, weil die Videobeschreibung und YouTube hat halt auch eine bestimmte Begrenzung, es sind heute wieder recht viele News, ähm, aber was ich hier eigentlich sagen wollte, hier haben sie das Tor von Kakao gegen Barcelona drin, waren wir 2, 2, 10, ja, Champions-Liga gegen Barcelona, 1 zu 1 im Hinspiel, Kakao, Führung und Ibrahimovic-Ausgleich in einem Rückspiel 4-0 verloren, aber das war das letzte richtig große Auftritt auf, in, ja, auf der europäischen Bühne, ähm, dann hier auch schön Zitat, äh, von Sosa, der macht also auf die Frage, äh, mit Kalajic, der Mann ist 2 Meter groß, wo soll ich denn hinflanken, wenn nicht auf seinen Kopf, einfach geiles Statement, einfach geil, ähm, und dann hier Schumacher, einer von Sugar Nachrichten, glaube ich, der ja auch, ja, wirklich ganz gute Artikel rausgebracht hat in den letzten Wochen zum Thema Vogt, Hits, Schießmethod, Machtkampf, alles, ähm, ich bin, äh, zitiert Klaus Vogt, äh, ich bin bereits auf Thomas Hitzberger zugegangen, wir nähern uns weiter an, ähm, er glaubt, dass wir wieder das Vertrauen zueinander finden können, das nötig ist, um den VfB zu führen, ich bin jedenfalls bereit dazu, also der Vogt glaubt, dass das möglich ist, äh, klingt ja schon mal schön und wie ich es ja auch, glaube ich, im, ähm, Q&A gesagt habe, das sollte normalerweise auch nach normalem Menschenverstand möglich sein, dass sie sich beiden da zusammenraffen und das Beste für den VfB tun, äh, dann hier auch eine kranke Statistik, die Top 10 in Europa, äh, mit der besten Chancenverwertungsquote in Top 5 liegen, einfach Silas ganz oben, 62%, darunter Caputo aus italienischen Giroud, Wahnsinn, einfach geil, äh, auch eine interessante Statistik, die natürlich, ne, quasi gefühlt die Statistik sein wird, die sich Matarazzo rauf und runter anguckt, äh, in Sachen, ähm, ja, Förster als Liebling so ein bisschen, äh, hier laufstärkste Spieler mit den meisten Sprints und wer so und so viel läuft und so weiter als Förster in der Bundesliga sehr, sehr weit oben dabei, was ja auch stimmt, ne, der Arbeitsaufwand ist groß bei ihm, was mir halt da vorne ein bisschen fehlt, ist ja bei uns so ein bisschen das Kanal-Meme geworden, aber was mir da vorne bei ihm so ein bisschen fehlt, ist einfach das Endprodukt halt, ne, der zockt halt nicht auf der Sechs, der spielt nicht Innenverteidiger, spielt halt Zehner und, keine Ahnung, Defensivarbeit schön, ne, sehe ich auch, der war jetzt in den letzten Spielen auch nicht gerade schlecht oder so, ähm, aber keine Ahnung, nach vorne ist das mir viel zu langsam, ideenlos, Abschluss ist auch nicht Bundesliga-reif, ja, keine Ahnung, ähm, dann hier Moisides, auch sehr interessant vom Kicker, da hatte ich ja vorhin angesprochen, dass da noch was kommt, äh, vertraglich festgeschriebene Vertragsverlängerung bei 25 Einsätzen für die Davi ist nicht mehr zu schaffen, weil nicht allein die Zahl der Spiele, sondern auch die jeweilige Spielzeit ausschlaggebend ist, Kurzeinsätze fallen aus der Wertung, also ist das Thema erledigt, der Davids-Vertrag wird zumindest schon mal nicht über die Klausel, äh, verlängert im Sommer, ähm, laut Kicker steht im Sommer ein Wechsel von Gonzalez oder Silas, Wamanke Duka im Raum, soll aber höchstens einer abgegeben werden, wenn, wie Missel hat es sagt, unmoralische Summen geboten werden, die 30 Millionen übersteigen, erste Klubs dann bereits Interesse signalisiert haben, ja, da wäre eigentlich fast Gonzalez noch ein bisschen sinnvoller, weil, ja, keine Ahnung, Ahnung, den kriegst du am ehesten noch ersetzt, auch recht verletzungsanfällig, äh, da würde ich schon fast, wenn ich die beiden im Raum hab, ne, dann würde ich da lieber Silas halten, für Gonzalez, ja, 30 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr, 35 geht in Ordnung, für Silas fände ich 30 fast ein bisschen wenig, da müsstest du eigentlich schon bei 50 aufwärts gucken, je nachdem, wie er weiterhin performt, aber kannst du es ja machen, ne, die haben ja alle, auch Gonzalez, alle ewig lange Verträge, ich glaube beide bis 2,24, also ewig lange Verträge, da kannst du natürlich auch dich hinhocken und sagen, pff, ja, 50, bietet dir 21, 50, da kannst du wie ein türkischer Bazar, gehst nicht runter, so, äh, da kannst wirklich rechtschillig in die Verhandlungen gehen. Was nicht rechtschillig ist, ist ein Knorpelschaden in der Hüfte bei Clinton Mola, ähm, wo auch schon manche schreiben quasi, Knorpelschaden ist 50, ist 50-50 für Invalidität, hoffentlich ist das natürlich, ja, das ist halt schade, ne, auch ein Riesentalent war auch recht in Ordnung eigentlich, der war voll gut in der zweiten Liga, fand ich, wenn er mal gespielt hat, hat er mir echt gut gefallen, ähm, wäre natürlich auch mal ein Backup für, für Sosa oder für generelle Außenverteidigung oder diese beiden, äh, Außenverteidigerpositionen, dazu hat Eckloff scheinbar auch noch irgendwie was, ähm, ja, sind ja wirklich zwei Jungspunde, zwei Riesentalente bei uns, vor allem Eckloff, der ja so hoch gehypt ist, die quasi gefühlt mehr als ein Jahr oder, ein Jahr oder so jetzt verloren haben an Chancen, an Einsatzzeiten, die sie vielleicht bekommen hätten können, weiß ich, was Eckloff da genau hat, aber der ist, fällt ja auch schon seit Jahrhunderten aus und hat man ja gehofft, dass der so ein bisschen Bundesliga-Luft schnappern, schnippern kann und hier Vertrag und Riesentalent und sowas, Zukunfts-VfB jetzt übertrieben gesagt, aus der eigenen Jugend halt in dem Sinne, ist ja wirklich mehr als nur schade, ähm, dann hier Hilzesberger, ich bin zuversicht, dass wir das Thema kommende Woche beenden können, ähm, das ist von heute der Tweet, äh, Quelle habe ich hier nicht gesehen, aber vermutlich wieder Kicker oder sowas, ähm, ja, dann hoffen wir, dass nächste Woche irgendwie auch der Bericht kommt und irgendwie dann Staatsanwaltschaft die Themen beendet hat und so weiter und dann vielleicht auch die letzten, wer weiß, also vielleicht auch die letzten Entlassungen und sowas getätigt werden und dann ist vielleicht das Thema wirklich recht vorbei, ist ja sowieso schon ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber noch vorbeier als jetzt quasi, dann auch wunderschöne Aktion, Checkübergabe mit Rekordspende in Höhe von 24.500 Euro an die Funk e.V., äh, von, ähm, Kommando Cannstatt über eine Kalenderverkaufaktion, Fan-Kalender, ähm, an, bin ich ehrlich, muss ich auch zuerst nicht, was genau das Funk ist, ich kenne nur das Funk hier, was quasi ARD und ZDF machen, ne, mit den, mit den Leuten, ähm, in Richtung News und YouTube und so weiter, aber Funk ist tatsächlich also auch sehr, sehr schöne Aktion, ähm, kommt neurologisch erkrankten Kinder und so gute, sehr, sehr schön, auch eine Wahnsinnssumme, sehr, sehr geil, wieder mal ein Top-Beispiele wie, äh, Ultras eben nicht nur irgendwie, keine Ahnung, gewaltbereite, äh, Assi-Fans sind, wie es manchmal oft gesagt wird, weil das sind sie einfach nur mal, ja, nicht im überwiegenden Fall, also überhaupt nicht, deswegen, sehr, sehr schöne Aktionen, gibt ja auch sehr viele schöne Aktionen von VfB, von Fangruppen auch, auch was wir da hatten mit, quasi während Corona, oder jetzt auch immer noch, aber vor allem letztes Jahr war das ja, quasi mit Nachbarschaftshilfe, mal einkaufen gehen für den und den, also wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Aktionen, die da aus unseren, ja, Ultrakreisen oder Fangruppenkreisen da kommen, und dann letzter Tweet noch, ähm, weil ja, ja, hat es hier zum Beispiel, äh, der Weiblinger Zeitungsverlag geschrieben, ob es am VfB gerade so ein bisschen hakt, viel Leistungsdelle und sowas, haben sie jetzt natürlich nicht so gemeint, dass wir der VfB scheiße spielen, aber, ähm, ist es schon durchaus ein gutes Stückchen unspektakulärer geworden, als es noch am Anfang der Saison war, was aber auch normal ist, hat auch einer geschrieben, nicht nur deswegen reinnehmen, weil ich das, ähm, ganz ganz interessant finde, äh, nach den ersten fünf Spielen in der Hinrunde hat der VfB acht Punkte, jetzt haben wir sieben, wenn wir jetzt noch bei Schalke gewinnen, haben wir also mehr Punkte geholt, äh, aus dem Anfangsprogramm, äh, der Rückrunde, wie wir es aus dem Anfangsprogramm der Hinrunde geholt haben, finde ich sehr interessant, ähm, und quasi auch so ein Gegenargument gegen das, äh, ja, dass wir gerade Kacke spielen oder irgendwie langweiliger spielen, was stimmt, aber Ergebnisse sind am Ende des Tages das, was hauptsächlich zählt und die sprechen für uns und gegen Schalke gewinnen ist ja auch nichts, was jetzt krank, äh, unrealistisch ist und dann, wie gesagt, haben wir auch, um das damit vollends abzuschließen, ja, wenn du auch gegen Schalke gewinnst, dann hast du 32 Punkte, quasi 33 Punkte, wenn du das Torverhältnis dazurechnest und solltest wirklich mehr als durch sein mit der Saison, und kann es danach diese Saison chillig runterspielen, noch 10, 11 Spieltage lang. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, so, ähm, wie gesagt, News und so weiter sind drin, schreibt gerne eure Meinung zu diesem Thema oder generell, was ihr so loswerden wollt zum VfB oder zu, was weiß ich, zu Gotten der Welt, mir egal, ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Musik